Musik So, Hallöchen, meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren Adventskalender Türchen. Ich wollte jetzt mit euch hier ein wenig eine Kleinigkeit besprechen, und zwar geht es um Twitter und Facebook. Ja, ähm, ich hab jetzt zwar noch nicht so viele Aufrufe oder Likes auf meiner Facebook-Seite, ich will jetzt auch nicht Likes abgehen oder sowas, nein, ich möchte euch jetzt einfach nur mal darauf hinweisen, wie ich es eigentlich schon in öfteren Videos mache, dass ich auf Facebook und Twitter aktiv bin. Sehen wir es mal so, auf Facebook bin ich viel, viel mehr aktiv als wir auf Twitter, weil auf Twitter habe ich wirklich noch nicht so viel, wo ich sagen kann, gut, da kann ich jetzt posten. Und dann endet ich poste da zwar zwischendurch auch was, aber ich habe da so nur so drei, vier, fünf Leute, die da jetzt wirklich irgendwie was reißen, so was schreiben oder so, und da ist bei Facebook schon wenig mehr. Und, ähm, ich würde mich halt einfach freuen, wenn ihr mich da ein bisschen mehr so unterstützt mit den, ähm, Oh, geht doch aus mein Bild. Ähm, Oh, geht doch aus mein Bild. Ähm, ja, dass ihr mir da ein bisschen vielleicht mehr unterstützt und sowas, dass ich, äh, weil dort findet ihr eigentlich auch die aktuellen, äh, die aktuellen News und sowas. Was bei mir manchmal so abgeht und was auch mal nicht so abgeht, sondern dass ich Screenshots poste oder sonstigen Shit und so. Ähm, dort kann man mich auch sehr viel fragen, also ich beantworte viele Nachrichten und sowas und, ähm, ja. Da beantworte ich alles, dies, das, da könnt ihr mir auch Sachen fragen oder ihr könnt mal was, ihr könnt mir eure Erfolge, die ihr in Digimon gemacht habt, auf meine Pinnwand posten und sowas. Das könnt ihr alles dort gern machen und dann können wir da ein bisschen Smalltalk machen. Und ich wollte dich, äh, ich wollte ja mit euch mehr interaktieren oder wie das heißt, die will ich euch meinen. Und, ähm, ja. Dann hab ich da, kann ich da mehr mit euch, ähm, machen und, ja, dort werde ich auch viele Livestreams ankündigen. Und ich hab da sowas gehört, dass ich jetzt die Tage einen Livestream starten möchte. Und, ja, ähm, die, wie, unter, in meiner Videobeschreibung findet ihr, ähm, findet ihr, findet ihr, findet ihr, die Links und sowas zu meiner, äh, zu meiner Facebook- und Twitter-Seite. Und ich kann euch noch einen guten Rat geben, wenn ihr Bock habt. Dort bin ich auch ab und zu online. Und zwar hab ich nämlich hier einen privaten DMO-Account, wie ihr seht. Hier, hier heiße ich einfach nur Sheradox-DMO. Hier nehme ich wirklich jeden an. Und, äh, hier poste ich jetzt nicht so viel. Ich bin eigentlich nur in der Gruppe aktiv hier. In der Gruppe, die hier, äh, in der Barbaumung-Gruppe. Wo man hier halt Sachen rein, äh, Dingensen kann. Und, ähm, ja, hier kann man Sachen verkaufen, seine Erfolge zeigen. Und hier könnt ihr mir auch ebenfalls mich adden und mit mir schreiben, whatever. Und auf meiner Facebook-Seite kann ich einfach hier drauf gehen. Hier, da bin ich. Zack. Da haben wir hier, sind nochmal, hab ich zwar 46, gefällt mir, aber ein paar Leute schreiben schon wenig und so. Das finde ich cool. Das war schon mit Kommentaren, was reißen kann. Auf meiner PIN-Wand wurde schon einiges gepostet und so. Und, ja, da würde ich mich einfach freuen, wenn ihr auch dabei seid. Und, dass wir da mal ein bisschen was schreiben können. Und, dann würde ich sagen, war es das für das Video. Und, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, Leute. Ciao.